LITCON 2022, ich bin hier am Stand von DAS Audio. Neben mir steht der Arne und der Arne hat uns heute ein Event-Set mitgebracht. Ja genau, unser Event 26, unser kleinstes und kompaktes Lineray. Aktiv, wie eigentlich alle unsere Systeme in dem Segment, mit einem Display hinten dran, wo ich gewisse Sachen einstellen kann. Sehr schöne Flughardware, die sich selbst in Position zieht, kann am Ende von einer Person alleine aufgebaut werden. Also super einfaches, kompaktes System. Wenn ihr weitere Informationen dazu haben wollt, schaut einfach auf der DAS Audio Webseite nach. Da findet ihr alle wichtigen Infos, die ihr dafür braucht.